Ich bilde die Summe mehrerer Bereiche, die sich überschneiden, habe dadurch aber Werte doppelt mit einberechnet und das möchte ich vermeiden. Und einmal berechne ich das für normale Bereiche, wie man das kennt, mit Zellbereichen wie C5 bis E11 und einmal mit benannten Bereichen, also dass man hier Bereichen Namen geben kann. Dann mache ich die Formel jeweils einmal für fertig. Und das Problem ist ja eigentlich, ich bin jetzt hier bei den normalen Zellbereichen, wenn ich eine Spalte zum Beispiel hier markiere und eine Zeile, ist vielleicht was geklaut worden, im März ist eingebrochen worden und auch die Einnahmen von Frieda waren da, dann würden die Einnahmen von Frieda für den März zumindest doppelt mit der Summe mit einberechnet werden. Wenn ich mir die Summe mal unten anschaue, das sind 40.260 und wenn ich das ausrechne mit Gleichsumme, Klammer auf und markiere die Märzdaten, Semikolon, die Daten hier von Frieda, dann werden die doppelt erfasst und das sind eben nicht 40.260, ich müsste diesen Wert hier noch einmal abziehen. Das heißt, die Schnittmenge kann ich auch so ausrechnen, dass ich sage, die Daten des Märzes, Leertaste, ganz wichtig, Leertaste, kein Semikolon und dann die Daten hier nochmal markieren. So, das heißt, die Bereiche muss ich hier händisch auswählen gerade und hier sind die 1205, die Schnittmenge von beiden, dann kann ich da die Differenz von bilden. Das sind aber mehrere Rechenschritte, das möchte ich in einem erledigen. Hier kurz nochmal die Formeln zur Wiederholung, so und einmal draufgeklickt, dann sieht man mit der Funktion Formeltext, ja, was ich hier gemacht habe. Ich habe nämlich keinen Semikolon eingegeben, sondern nur eine Leertaste. So, und hier habe ich das Ganze schon in eine Formel vorbereitet. Ich habe nämlich einfach den hinteren Teil, den ich hier ausgelagert hatte, den mittleren Teil, den habe ich hier einfach als dritten Bereichsparameter mit eingegeben, mit einem Minus gleich voran. Ich baue die Funktion noch einmal kurz auf, also Summe des ersten Bereiches, jetzt drücke ich Steuerung, markiere den zweiten Bereich, Semikolon, jetzt werden Daten abgezogen, nehme ich die, der Schnittmenge von dem ersten Bereich mit dem zweiten, die Schnittmenge halt mit der Leertaste. So, hat er das gemacht, ich sehe hier, ja, da sehe ich den Bereich, so, Klammer zu und dann bekomme ich hier gleich die passende Formel und da wird also implizit in dieser Rechnung gleich schon immer nicht dieser Wert doppelt ausgewiesen, sondern gleich einmal mit abgezogen. So, und bevor ich auf den komfortablen Namen gehe, einmal ein Hinweis, ganz neu, seit gestern gibt es meinen Instagram-Kanal. Instagram, dort werde ich einfach ein paar Infos hochladen, was gerade für Aktionen sind, ja, ein bisschen was zu meinem Umfeld mit Excel, mit Microsoft Teams. Würde mich freuen, wenn ihr da Lust habt, mir zu folgen. So, hier einmal kurz geguckt, hier sind benannte Bereiche. In diesem Blatt hier habe ich Bereiche benannt und zwar habe ich markiert und dann im Register Formeln einfach auf Auswahl erstellen geklickt. Dann hießen diese Spalten Januar, Februar, März und das gleiche habe ich mit den Zeilen gemacht. Einmal draufgeklickt, dann sieht man es. Dann bietet der an, dass die linken Zeilen die Überschriften werden. So, und da habe ich mir Dropdown-Felder gebaut. Das heißt, ich habe gesagt, ich möchte hier auswählen können. Die habe ich mir erstellt, angeklickt durch Daten, Datenüberprüfung, Liste. Dann habe ich einmal für die eine Auswahl der Monate, habe ich die drei Monate markiert und für die andere Auswahl habe ich die Namen markiert. Also, das ist nicht dynamisch im Moment, weil hier ist keine Tabelle. Ja, also die Namen müsste ich jetzt händisch hier noch, ich müsste diese Bereiche dann anpassen hier für die Auswahl. So, auch hier ist für März geklaut worden, also die Märzeinnahmen für die Frieda sind weg. Und hier konnte ich jetzt nicht einfach Folgendes machen. Bilde die Summe von März, von dem was da drin steht und Frieda. Das gibt es leider nicht, sondern da muss das Wort indirekt vor jeweils. Indirekt, das ist eine Funktion, die wandelt den Namen, der da rauskommt, in einen Bereich. Also das macht das funktional, dass daraus eine funktionierende Koordinate wird. Da drüber auch, also hier hinten H6, indirekt. Klammer auf, Klammer zu. Aber auch hier das Problem, auch hier wird die Schnittmenge doppelt genommen. Ich mache mal Formeltext. Auch hier wird die Schnittmenge doppelt genommen. Ich muss also auch hier einfach, das habe ich hier getan, mit dem Minuszeichen nochmal indirekt schreiben, von dem ersten Leertaste indirekt, von dem zweiten. Und dann wird hier auch diese Schnittmenge einmal abgezogen. Also eigentlich muss man das immer machen, wenn sich im Bereich 2x, 3x, 4x überschneidet, muss man das identifizieren. Ansonsten läuft man mit der Summe hier in einen Auswertungsfehler. Da muss man halt bei Schnittmengen ein bisschen drauf achten. Von daher ist auch der Kontrollblick oben, bevor man so eine Summe ausrechnet, der Kontrollblick hier unten ganz gut. Einmal hier unten schauen, da ist es dann nämlich ohne Doppelte und dann die Auswertung fahren. Und dann sieht man, oh, da weicht es voneinander ab. Also ein bisschen gucken und dann die Formel anpassen eventuell oder eine ganz andere Formel bauen. Ja, ich freue mich erstmal auf euer Feedback. Ja, vielleicht könnt ihr das einmal nachbasteln. Da braucht man keine neue Excel-Version hierfür. Und ja, bis zum nächsten Video. Und ja, bis zum nächsten Video.